Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Was ist denn mit Gehlauch? Oh! Scheiße! Der fährt jetzt so richtig dicht hinten drauf. Jetzt wird es eng hier. Was bestes gibt es ja nicht. Direkt wegzuräumen und sehen, dass du den Tag was geschafft hast, ist fantastisch. Am ersten Tag am Schreibtisch sitzen. Nein, muss eher raus. Alle Luft. Ich habe meine Freiheit. Mir liegt keine Firma, wo ich irgendwie ständig unter Beobachtung bin. Man hat kein Scherz im Nacken. Also man ist sein eigener Herr. Deswegen habe ich mir das Gefühl. Also ich fahre Gefahrgut. Säure, Chemie, Körperteile, Spritzen. Alles was gefährlich ist. Wenn ich meine Arbeit nicht richtig machen würde, nicht sichern würde, dann wäre überall mein Gefahrgut. Also es ist schon ein verantwortungsvoller Job. Das ist der verkehrste Stresssystem hier in unserem Job. Ja, die Autofahrer, die einen schneiden. Vor allem die Taxifahrer. Da lernt man die Gebärdensprache, oder? Oder? Ja. Na ja, es gibt ja viele, die sehr viel länger fahren. Oder wenn man in die Ferne fährt, ist man ja auch so gut wie nie zu Hause. Und das haben wir ja alles nicht. Man weiß, nach acht Stunden ist Schluss. Und dann habe ich Freizeit. Das Privatleben ist eben gut planbar. Eigentlich wollten wir ja nur fast alle vorüber gehen. 23 Jahre sind das. Und seitdem bin ich da. Ich habe keinen Zeitpunkt. Bist du, wenn du... Wir gehen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017